hallo mein lieben willkommen zu einem neuen video und zwar möchte ich euch von einer bestellung berichten die so und hier seht ihr diesen sprossen toni den ich mir bestellt habe und schauen wir mal ob der da auch wirklich drin ist ich finde es ist auch hier ganz gut verpackt und hier die anleitung ich weiß jetzt aber die zu lesen aber weg und hier kommt eben die erste kartonschicht und da ist schon das erste allemand es ist ein deckel okay eben alles aus ton wahrscheinlich darum dann kommt immer eine kartonschicht und das erste wichtige einzigsteil mit denen so und jetzt haben wir aufgepackt so sieht alles aus dieser turm und dass ich halt daran so irgendwie genial finde ist einfach dass man das kein plastik irgendwie ist sondern dass das ton besteht darum denke ich dass es sehr gut funktionieren wird aber ich will sie noch testen natürlich dann auch ein review daraus machen bestimmt und ja ich hätte vor hat dieses glas kein das ist auch gut geeignet aber ich denke dass die einfach kleinere menge geeignet und ich habe jetzt vor da drin so hafer zu keimen zu lassen den dann zu dürfen und dann habe ich mein eigenes hafermüsli von der flockemaschine habe ich mich auch mal abgehalten nämlich die kostet um die 100 euro was natürlich bei viel müsli esser wenn jetzt viel müsli am morgen ist sich vielleicht doch lohnen würde aber das ich will auch mal überlegen jetzt habe ich erst mal beschlossen einfach den gekeimen den hafer so zu essen ich denke das geht auch wenn jetzt nicht die flogen konsistenz hat die man eigentlich gewohnt ist ich probiere es einfach mal so aus ansonsten kann man eben wunderbare rohkost pizza damit machen und wenn so gekeimten buchweizen nimmt oder gekeimten dingel keine ahnung ich stelle mir das auf jeden mal den ich jetzt doch noch länger behalten werde und dann werde ich mir hin und wieder mal gummi rohkost zaubern ausprobieren und auch im müsli was eigentlich schon ist immer beim prozess wenn das zb die flogen wenn die kekstelle werden im gegart wird durch diesen dampf oder viele in züge verloren gehen und darum versuche ich das mal auf diesem wege und ja vielleicht hätte ich dann mal ein paar tage länger rohkost machen oder so genau das hier ist das kein ding was ich mir gestellt habe könnt ihr so machen sehen in seiner pracht reise und wo ich es gekauft habe stelle ich euch gerne zur verfügung und was auch cool ist diese schädchen hier die könnt ihr immer wieder einzeln und neu dazu kaufen das heißt es ist fast unendlich erweitbar ich weiß nicht wie viel mehr drauf schlapeln könnte das ganze auch hält ich habe die kleine variante genommen ihr könnt natürlich euch gleich ein guter Bruder zu legen den gibt es auch hier sind die tonschern etwas größer ja also hier seht ihr die dann mein lieben was auch schon wieder mit dem video ich werde euch auch auf jeden fall davon berichten wie das ganze abläuft wie das ganze wird wie sich das entwickelt und zeige euch dann die ergebnisse ich lasse mir da noch was einfallen und ich gebe erst mal diese schälchen füllen da ich mir gleich noch qualitiver rohkost getreide dazu bestellt habe und wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut leider tschau